Geh mir aus den Augen, ich kann deinen jämmerlichen Anblick nicht mehr ertragen. Was ist denn jetzt los? Wieso ist der Kalb plötzlich ins Wasser gesprungen? Hab ich was verpasst? Sollte das ein besonderer Witz sein? Nein, wahrscheinlich hat ihn jemand reingeschubst. Er ist selbst gesprungen. Komisch, Menschen können gefesselt nicht schwimmen. Jetzt haben wir es. Es ist wahrscheinlich ein Selbstmordversuch. Soll er Wasser schlucken? Kann man sich sowas vorstellen, ins Wasser zu springen, um sich umzubringen? Der hat gar keinen so schlechten Eindruck gemacht. Wenn unter eins ist, lass das springen. Okay, aber wieso der? Der ist doch idiotisch. So ein Idiot! Was macht die denn da? Wo ist der Kerl, der sah raus? Das darf doch nicht wahr sein. Der ist verrückt geworden. Der hat ihn rausgeschoben. Da ist er ja. Stimmst du, Nami? Man hat ihn knallen. Was sollte denn das? Genau dasselbe könnte ich dich auch fragen. Habe ich's mir doch gleich gedacht, dass du nicht so hart bist, wie du tust. Du konntest mich nicht ertrinken lassen. Aber du hättest mich ruhig etwas schneller rausziehen können. Ich wär beinahe abgesoffen. Halt die Schnaufe! Bleib mir vom Leid, wenn dir dein Leben lieb ist! Ha! Das werden wir ja sehen. Du möchtest gern, Schwertkämpfer. Du siehst so fertig aus. Tu ich dir etwa leid, Süße? Ja! 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 Ja!